Ich bin gespannt, was das Leben da schon wieder mit mir vorhat. Welche Aufgabe oder welche Lehre soll ich denn daraus ziehen? Habt ihr eine Idee? Ich check's noch nicht. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. So, normalerweise sitze ich vor dem Mikro und weiß sofort, okay, was möchte ich sagen. Und heute ist es so, ich sitze hier und eine Minute passiert einfach nichts, weil ich nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ich meine, es ist ja ganz normal. Es geht alles hoch und es geht alles wieder runter. Es kommt immer in Wellen. Und jetzt war es schon wieder so perfekt. Es war klar, es musste was passieren. Ja, das ist es auch. Und in einem solchen Ausmaß, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie es ausgeht und wie ich damit umgehe. Und zwar, gestern perfekt nach der Show bin ich ganz entspannt dann an die Natur gefahren, in Schwarzwald, wollte eine Spaziergangrunde machen, hab mit meiner Mama telefoniert und dann bin ich, ja, auf, ich weiß, man tut es nicht, war es Karma, ich weiß es nicht, bin ich auf gefällten Bäumen, die nicht viele, nur so ein paar da waren, bin halt balancieren gegangen auf diesen Bäumen und hab mich dann da hingesetzt. Ja, ich hatte eine Latzhose an und vorne, oben drin lag mein Handy. Als ich mich nach vorne gebeugt hat, hat dieses Handy plump gemacht und ist einfach runtergefallen. Ich so, Mist, wollte es aufheben. Ja, nee, es ist zwischen die Baumstämme gefallen. Also man stelle sich vor, mitten im Wald an so einem Polterplatz sind Bäume aufgeschichtet, und waagerecht zum Boden und die sind dazu bereit, abgetransportiert zu werden. Wann? Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Handy zwischen diesen Bäumenstämmen versinken lassen. Ich habe noch währenddessen, ich hatte meine Mama auf Kopfhörer, deswegen konnte ich dann sie kurz noch hören, und habe gesagt, ja, nein, verdammt, meine Kopfhörer, mein Handy ist zwischen Baumstämmen gerutscht und dann war die Verbindung auch schon weg. Also, hm, richtig, richtig blöd gelaufen. Was macht man dann? Erstmal keine Panik bekommen, weil ich meine, es ist ja nur ein dummes Handy. Was für mich leider etwas anderes ist, ich bin selbstständig, so viele Kontakte sind auf diesem Handy drauf, quasi so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen meine Existenz, aber schon relativ viele Sachen, mit denen ich eigentlich arbeite und die halt auch für mein Geld verdienen, für mein Leben wichtig sind. Ja, und natürlich auch ein paar schöne Videos und Fotos, die ich gemacht habe, unter anderem von der Show gestern. Ja, Problem. Ich also probiert, wie kriegt man das hin? Ich habe versucht, diese Baumstämmen anzuheben. Null Chance. Habt ihr mal probiert, so einen Baumstamm anzuheben? Ich will nicht wissen, wie viel hunderte Kilo der wiegt. Ähm, ja, okay. Ich überlege, ja, grabe ich ein Loch dahin oder wie mache ich das? Und ich habe halt extra schon an so einer schönen Klippe gesessen. Es war wunderschöner Sonnenuntergang. Ich konnte richtig weit übers Land gucken. Ich konnte schon die Voralpen sehen. Es war richtig schön, ja, bis das passiert ist. Und dann hatte ich natürlich auch keinen Blick mehr für das Schöne. Nicht wirklich. Hab dann versucht, den schnellsten Weg irgendwie zum Auto zu machen. Ich meine, ich wusste nicht, was ich tat. Ich glaube, ich habe vorgehabt, eine Schaufel zu holen. Bin da runtergerannt und dann bin ich auf Jana getroffen. Die wohnt hier. Die ist, ähm, ja, mit ihrer Familie hier am Waldrand mit einem Häuschen niederlassen. Sie war gerade mit ihrem Hund unterwegs auf dem Heimweg. Und dann habe ich sie halt gefragt, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall kam ich wahrscheinlich wie so ein Wirbelwünter runtergerannt. Der Hund ist auch schon vollkommen ausgerastet. Und mittlerweile ist nicht der Hund und ich Freunde. Nein, aber auf jeden Fall. Ich bin da runtergerannt und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir helfen kann. Und sie meinte, ja, wir gucken uns das mal an. Wir machen das zusammen. Hab dann Schaufeln geholt aus dem Camper, der halt nur, was weiß ich, 20 Meter entfernt stand. Sind wir wieder hochgelaufen, was halt echt weit war. Also ich bin voller Adrenalin halt so schnell den Berg runtergerannt. Und ich glaube, zu Fuß braucht man halt wirklich eine Viertelstunde dahin. Es ist heftig. Auf jeden Fall bin ich dann wieder mit ihr zurück und haben wir geschaut, versucht anzuheben. Aber die Lage ist halt wirklich aussichtslos. Dann sind wir wieder zuriert gefahren oder gelaufen und haben erstmal einen Tee getrunken. Haben überlegt, haben meinen Papa angerufen, haben ihren Papa angerufen. Haben mal überlegt, was man machen kann. Ja, was macht man denn dann? Ich hätte ja gesagt, okay, irgendwann werden die wieder abgeschichtet, diese Baumstämme. Aber eigentlich will ich ja weiterziehen und ich kann darauf nicht warten. Ich meine, ich bin relativ abhängig von diesem Ding. Die Navigation, mein Guthaben vom Handy. Ja, ziemlich viel halt einfach. Aber ich meine, ich glaube, die meisten Menschen verbringen leider sehr viel Zeit mit dem Handy. Und das ist für meine Arbeit halt auch so. Schade. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann Spaten geschnappt und eine Eisenstange und sind wieder hochgefahren mit dem Auto. Also mit ihrem Auto dann zum Glück. Das hat, ich glaube, ein paar viel mehr PS als meins. Meins hätte es nicht geschafft. Und dann haben wir versucht, da mit der Eisenstange was zu bewegen. Zwei ihrer Geschwister sind noch mitgekommen. Es ist der Hammer. Sie sind zu zehnt. Sie hat neun Geschwister. Mega cool. Das ist nur so ein Random Fact nebenbei. Es ist aber mega cool. Die sind alle so lieb. Das war so toll. Also es ist so toll. Ich stehe immer noch auf dem Inuenhof auf dem Parkplatz. Auf jeden Fall sind wir dann wieder hochgefahren. Haben versucht, da was zu bewegen. Und es war halt mittlerweile schon dunkel. Ich hatte so eine Stirnlampe zum Glück mit. Die liegt auch gerade am Ladekabel, dass ich die aufladen kann. Keine Chance. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich buddel mich da vor. Nein, vorher. Meine Güte. Ich bin, also erst ist ihr Bruder, ihr kleiner Bruder, der ist zehn. Ist so zwischen diese Baumstämme vom Anfang rein. Ich habe das nicht, fast nicht mehr angucken können. Wenn ich irgendwas bewege. Man ist so hardcore eingeklemmt. Man dürfte das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, komm mal raus. Mach ich das wenigstens. Und dann bin ich da reingekrabbelt. Und das ist halt wirklich. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, zwischen diesen Baumstämmen. Man hatte eh Glück, dass da überhaupt Platz war. Das sind keine 40 Zentimeter nach oben gewesen. Also es ist halt wirklich so ein Vorkrabbeln. Ich habe mich gefühlt wie so ein Höhlenforscher. Ich habe gedacht, wenn hier irgendwas passiert, also darf es halt gar keine Platzangst kriegen oder so. Ich habe mich schon gesehen, irgendwie mit Feuerwehr oder Bergretter da wieder rausholen. Und bin dann, was weiß ich, fünf Meter durchgekrabbelt. Also man kannte nicht krabbeln. Man konnte sich nur auf dem Bauch robbend dahin bewegen. Habe da alles abgesucht mit der Taschenlampe. Habe getastet. Habe nichts gefunden. Aber ja, dann wieder rausgekrabbelt und ich habe angefangen zu buddeln. Ich habe drei Stunden gestern Abend mitten in der Nacht im Wald gebuddelt und versuche mir jetzt einen Gang fort zu buddeln, bis ich ungefähr an der Stelle bin. Ja, ungefähr. In welche Richtung ist es denn runtergefallen? Hm, interessant. Mal gucken. Und meine Idee ist jetzt einfach, mich dahin zu buddeln, wenn nichts anderes funktioniert. Und dann gucken, dass das Handy halt irgendwann in dieses Loch, was ich halt buddel, reinfalle. Weil ich meine, wenn man da drunter halt direkt dran sitzt, ist es zum Glück an einem Hang. Das heißt, ich buddel von der Hangseite, die tief geht, quasi mich nach oben. Ich habe in einen Meter weit gekommen. Also ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter Erde das sein werden. Es ist fast aussichtslos, aber es ist halt meine einzige Chance. Und gleich gehe ich zusammen mit einem Bruder, einer Jana, nochmal rüber und gucken mal, dass wir mit dem Förster quatschen, ob der weiß, nee, mit einem Jäger, ob der weiß, welcher Förster dafür verantwortlich ist, ob die weißen, wann die abtransportiert wird. Also das Beste wäre ja, wenn morgen zufällig der LKW kommt und alle Baumstämme abtransportiert, wenn ich dabei bin und dann die ganzen Sachen wieder an mich nehmen kann. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Traum. Also ich bin dann da und man redet so in der Küche oder im Wohnzimmer mit der Familie und es ist schon seltsam so dieses, ja, ich wache gleich auf und es nicht. Und ich bin echt irgendwie kark. Also ich habe auch gar nicht geweint oder so. Ich bin normalerweise ja voll der emotionale Mensch. Und es ist halt, es lässt mich voll kalt. Ich bin einfach vollkommen emotionslos. Ich sehe das Ganze voll sachlich und das ist vielleicht auch echt gut. Und die Nacht heute, boah, war furchtbar. Ich habe die ganze Zeit geträumt und überall war dann plötzlich mein Handy und ich wollte danach greifen und dann war es wieder weg. Und es ist heftig. Die Situation ist echt crazy. Und ich bin gespannt, wie der Tag weitergeht. Ja, ich habe heute natürlich auch schon das nächste Unglück gehabt. Ich habe meine Teekanne, die war halt noch ein bisschen kalt wahrscheinlich. Also das werde ich nicht nochmal machen. Nein, okay, die ist eh kaputt jetzt. Habe ich halt sofort das heiße Wasser reingekippt und sie ist halt gesprungen. Zack, bumm, weg, kaputt. Erstmal anderthalb Blätter heißes Wasser überall auf mir in der Spüle bis in meine Schuhe rein. Es ist super toll. Und meine Hände sind eh schon so angegriffen. Die sind ganz rau und ganz rot vom Graben gestern. Aber jetzt habe ich mir aus meiner Seitentasche noch ein paar mehr Handschuhe rausgesucht. Habe ein bisschen klar Schiff gemacht hier im Camper. Wenigstens habe gestern mein Tür noch abgebaut, mitten in der Nacht. Und dann werde ich heute mit meinem Fahrrad das abmontieren und dann mal den Wald hochfahren und schauen, was geht. So, das ist eine lange Sprachnachricht. Es ist aber auch eine lange Geschichte. Was lerne ich daraus? Nicht mehr irgendwelche Wertgegenstände oben in der Tasche zu haben in meiner Latzhose. Nicht mehr auf diesen Baumstämmen rumzuklettern. und Glaskaraffen vorher einmal durchzuspülen, wenigstens mit lauwarmen Wasser, bevor ich sie befülle. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so ereignisreich im Negativen. Und ihr könnt einen wunderschönen Tag verleben. Liebe Grüße aus La im Schwarzwald. Eure Gina.